Witzenhausen ist eine Kleinstadt im Wehrameißnerkreis im Nordosten von Hessen. Sie erhielt im Jahr 1225 Stadtrechte und war bis 1974 Kreisstadt. Überregional bekannt ist die Stadt durch die Erfindung der Biothene im Jahr 1983 und als bedeutendes Anbaugebiet für Kirschen. Sie gilt als das größte geschlossene Kirschenanbaugebiet Europas. Die Kirsche hat Tradition in Witzenhausen und so wird jährlich im Juli die Kespa-Kirmes gefeiert, bei der eine Kirschenkönigin gewählt wird. Witzenhausen ist Sitz des Fachbereichs Ökologische Agrarwissenschaften der Universität Kassel, an dem unter anderem der bundesweit einzigartige Studiengange Ökologische Landwirtschaft angeboten wird. Des Weiteren befindet sich in dem Ort eine Lehranstalt für Umwelt und Technologie, Landwirtschaft, Gartenbau und Gartenlandschaftsbau, Geografie. Witzenhausen liegt zwischen Göttingen und Kassel unweit der Autobahnen A7 und A38 an der Nordostabdachung des Kaufunger Waldes, der zum Naturpark Meißner-Kaufunger Wald und im Nordwesten zum Naturpark Münden gehört. Es befindet sich etwa 30 km östlich von Kassel, 16 km ost-südöstlich von Hann, Münden 25 km südlich von Göttingen und 23 km nordwestlich von Eschwege an der Einmündung der Gelster in die Wehrer, in die nordwestlich der Stadt der Wilhelmshäuser Bach mündet. Im Norden grenzt Witzenhausen an die Stadt Hann, Münden, die Gemeinden Rostov und Friedland, im Osten an die Gemeinden Neueichenberg, Bornhagen und Linnewehr, im Süden an die Städte Bad Sodenallendorf und Großalmerode sowie das gemeindefreie Gebiet Gutsbezirk Kaufunger Wald. Im Westen grenzt es an die niedersächsische Gemeinde Stauffenberg im Landkreis Göttingen. Neben der Kernstadt, zu der auch der Ortsteil Bischhausen gehört, gehören zu Witzenhausen 16 Stadtteile. Auf der linken Wehr-A-Seite sind das die Stadtteile Blickershausen, Dorenbach, Erlingerode, Ermschwert, Hubenrode, Hundelshausen, Kleinalmarode, Rosbach, Wendershausen und Ziegenhagen. Geschichte Seit dem Mittelalter wurde in Witzenhausen einige Zeit Weinbau betrieben. In alten Quellen wird das Jahr 1226 erwähnt, wo jährlich zwei Fuderweinzinden an den Erzbischof von Mainz geliefert werden. Noch 1757 wird der Weinberg an dem sonnenreichen Hang zwischen Wehr-A und der heutigen Bahntrasse erwähnt. Heute erinnert daran noch der Straßennahme der B80 zu den Weinbergen bzw. unter den Weinbergen. Erst 2008 wurde aufgrund des Klimawandels an dieser Stelle wieder der Weinbau versucht. Witzenhausen wurde bereits 1361 als Hauptort eines hessischen Amts erwähnt. Ab 1416 gehörte das Umland von Witzenhausen zum Amtsbereich der in diesen Jahre bezogenen Landgräflichen Burg Ludwigstein. Im Ort amtierte ein Stadtschultheiß. 1664 wurde das Amt Ludwigstein mit dem Stadtschultheißenamt Witzenhausen vereint, wodurch Witzenhausen Hauptort des Amts Witzenhausen wurde. Von 1807 bis 1813 war die Stadthauptort des Kantons Witzenhausen im Napoleonischen Königreich Westfalen und von 1821 bis 1974 des kohessischen Landkreises Witzenhausen. 1898 wurde die Deutsche Kolonialschule gegründet, um Übersiedler in die deutschen Kolonien landwirtschaftlich auszubilden. Die Nachfolgeeinrichtungen bilden heute einen Nebenstandort der Universität Kassel. Am 1. Oktober 1971 wurden die bis dahin selbstständigen Gemeinden Dorenbach, Hundelshausen und Wendershausen eingegliedert. Am 31. Dezember 1971 kamen unter Rieden und die am 17. September 1945 durch die Regelungen im Wannfrieda-Abkommen von Thüringen nach Hessen gewechselten Orte Neuseesen und Wärleshausen hinzu. Alpshausen, Berlepp-Schell-Rode, Blickershausen, Erlinge-Rode, Ermschwert-Gertenbach-Huben-Rode, Kleinalmer-Rode, Rosbach und Ziegenhagen folgten am 1. Januar 1974. Die Entwicklung der Einwohner in Witzenhausen, 1890, 3216 Einwohner, 1905, 3788 Einwohner, 1910, 4065 Einwohner, 1925, 4323 Einwohner, 1933, 4922 Einwohner, 1939, 5404 Einwohner, 1961, 7940 Einwohner, 1970, 7573 Einwohner, heutiger Gebietsstand 1961, 16649 Einwohner, 1970, 16950 Einwohner, 2003, 16111 Einwohner, 2007, 15779 Einwohner, 2012, 14840 Einwohner, die Bertelsmann Stiftung Wegweiser demografischer Wandel liefert Daten zur Entwicklung der Einwohnerzahl von 2959 Kommunen in Deutschland. Für Witzenhausen wird zwischen 2009 und 2030 ein Absinken der Bevölkerungszahl um 14,8% vorausgesagt. Prognose der absoluten Bevölkerungsentwicklung von 2009 bis 2030 für Witzenhausen Politik Die Kommunalwahl am 27. März 2011 lieferte folgendes Ergebnis Bürgermeister 1945 zu 1948 Eduard Plattner 1963 zu 1979 Rudolf Haberg 1987 zu 2005 Günter Engel 2005 zu 2016 Angela Fischer Derzeitige Bürgermeisterin ist Angela Fischer, Diplom-Agraringenieurin, die am 30. Oktober 2005 als Nachfolgerin von Günter Engel, der nach 18 Jahren nicht mehr kandidiert hatte, mit knapper Mehrheit gewählt wurde. Am 12. Februar 2012 wurde Fischer in einer Stichwahl für eine weitere Amtszeit gewählt. Witzenhausen unterhält Partnerschaften mit dem französischen Saint-Valier, mit dem englischen Filten, mit dem italienischen Vignola und mit dem ugandischen Kejungaar. Die Partnerschaft zwischen Saint-Valier und Witzenhausen kam durch einen Zufall zustande. Der Nachname des damaligen Bürgermeisters von Saint-Valier lautete Witzenhausen-Adelmann. Als dieser im April 1972 auf einer Deutschlandreise den Namen Witzenhausen auf einem Straßenschild erblickte, fuhr er dorthin, kontaktierte den damaligen Bürgermeister der Stadt Witzenhausen und es entstand die bis heute bestehende Partnerschaft. Seit 1979 führen Filten, Saint-Valier und Witzenhausen eine Dreierpartnerschaft. Dieser Dreierbund trifft sich jedes Jahr abwechselnd in den einzelnen Ländern. Die Städtepartnerschaften und die Austauschtreffen werden seit 2008 von dem Verein Städtepartnerschaften der Stadt Witzenhausen e.V. betreut bzw. organisiert. Zwischen Saint-Valier und der Gesamtschule Witzenhausen finden seit 1973 regelmäßig Schüleraustausche statt. Außerdem gab es einige Jahre lang einen Austausch zwischen der Gesamtschule Witzenhausen und Filten. Einen Schüleraustausch zwischen der Highschool in ein 100-Meil-Haus und der Gesamtschule Witzenhausen sowie einen Austausch zwischen dem beruflichen Gymnasium und der Turlock Highschool. Kultur und Sehenswürdigkeiten Museen des Völkerkundlichen Museums Witzenhausen Die Ethnografische Sammlung des Völkerkundlichen Museums Witzenhausen umfasst ca. 2000 ethnografische Objekte, davon 1400 Stück, die von Freundinnen und Absolventen der ehemaligen deutschen Kolonialschule Witzenhausen und seiner Nachfolgeeinrichtungen seit etwa 1900 zusammengetragen worden sind. Die 1976 gegründete Stiftung Völkerkundliches Museum Witzenhausen wird vom Deutschen Institut für Tropische und Subtropische Landwirtschaft zusammen mit der Stadt Witzenhausen getragen. Die Ausstellung zeigt ständig ca. 1200 Ethnografika auf 200 Quadratmeter. Das Liedthema ist die menschliche Gesellschaft in Bezug zur natürlichen Umwelt. Beispielhaft werden Geräte zur Gewinnung, Verarbeitung und zum Genuss von Nahrung sowie Kleidung, Schmuck und Waffen aus Agrarkulturen in West-, Süd- und Ostafrika sowie aus Melanesien, Polynesien und Südamerika gezeigt. Bildmaterial und Texttafeln ergänzen die Präsentation. Die Darstellung der Wirtschaftsformen erlaubt den Vergleich der Anpassungsstrategien der Völker an die jeweiligen naturräumlichen Bedingungen. Gewächshaus für Tropische Nutzpflanzen Das Gewächshaus für Tropische Nutzpflanzen wird durch die Universität für Forschung und Lehre genutzt, ist aber auch regelmäßig für Besucher geöffnet. Gebäude historischer Stadtkern mit verschiedenen bedeutenden Fachwerkhäusern Pörsches Haus Liebfrauenkirche Liebfrauenkirche Die Altstadt überragend Nordseite der Liebfrauenkirche Liebfrauenkirche mit Ostchor Nördliches Seitenschiff mit Oggel Historisches Rathaus Erlöserkirche Teile der alten Stadtmauer mit Schalenturm, Eulenturm und Diebesturm, der als Aussichtsturm bestiegen werden kann Leiterhäuschen Ehemaliges Wilhelm-Mieten-Kloster, Teil der Kolonialschule und heute Teil der Universität Kassel Gutgelsterhof, Vorwerk der ehemaligen Kolonialschule Burg Ludwigstein, darin das Archive der Deutschen Jugendbewegung Parkstadtpark mit Schwanenteich Johannesbergpark Wiederkehrende Veranstaltungen Kirschblütenworking jährlich Mitte April in Unterrieden Kesper-Kirmes Altstadtfest mit Wahl der Kirschenkönigin Deutsche Meisterschaft im Kirschsteinweitspucken Cherryman Erntedank und Heimatfest Im Jahr 2006 war Witzenhausen Startpunkt der 3. Etappe des Radsportrennens Deutschland Tour Weihnachtsmarkt Wirtschaft und Infrastruktur In Witzenhausen Unterrieden produziert Grimm und Riepelgruse Kautabak, der letzte Hersteller von Kautabak in Deutschland Ein wichtiger Arbeitgeber in Witzenhausen mit ca. 430 Mitarbeitern ist die DS Smith Paper GmbH Die Firma produziert in Witzenhausen Weltpappenrohpapiere für die Herstellung von Verpackungen und Hygienepapiere wie Toilettenpapier oder Küchenkrepp Weitere wichtige Arbeitgeber sind die Regelmotorenteile GmbH, das Krankenhaus in der Kernstadt Witzenhausen sowie die VG Ort GmbH und Co. KG, die im Stadtteil Hundelshausen ein Gipswerk betreibt Witzenhausen ist Sitz der Gesellschaft zur Erhaltung alter und gefährdeter Haustierrassen, die die Erhaltung der alten Nutztierrassen in landwirtschaftlichen Betrieben bei Hobbyhaltern in Bildungseinrichtungen USW Betreibt hierfür und für die Nutzung der Erzeugnisse und Produkte wie Fleisch, Wolle, Fälle, Konzepte erarbeitet sowie Halter berät und unterstützt In Witzenhausen ist ebenfalls der Sitz des Dreschpflegel E.V. der sich dem Erhalt der Nutzpflanzenvielfalt widmet und der Dreschpflegel GbR einem Verbund von Biosaatgutherstellern Medien Witzenhäuser Allgemeine, Marktspiegel, Witzenhüßer, Extra-Tipp, Rundfunk-Meißner, Verkehr über die Bundesstraßen 27, 80 und 451 ist die Stadt an das übergeordnete Straßennetz angebunden Im etwa 10 km entfernten Hedemünden besteht Anschluss an die A7, bei Friedland besteht Anschluss an die A38 in Richtung Halle Darüber hinaus ist Witzenhausen an den touristischen Routen Deutsche Fachwerkstraße und Deutsche Märchenstraße gelegen Im Stadtgebiet von Witzenhausen liegen die Bahnhöfe Witzenhausen Nord und Witzenhausen Gärtenbach auf dem Abschnitt Eichenberg-Kassel der Bahnstrecke Halle-Hahn-Münden Der Bahnhof Witzenhausen Nord liegt oberhalb der Stadt auf dem Nordhang des Werra-Tals und wird von Zügen nach Kassel-Wilhelmshöhe Göttingen, Erfurt und Halle bedient Dabei werden die Linien von Erfurt und Halle von DB-Regio in Form von Regionalexpress-Zügen bedient, die in Witzenhausen Nord halten Die Verbindung von Göttingen nach Kassel wird durch die Cantus-Verkehrsgesellschaft bedient und hält sowohl in Witzenhausen Nord, als auch in Witzenhausen-Gärtenbach Der ehemalige Bahnhof Witzenhausen-Süd lag südöstlich der Innenstadt und ist wie die Gelster-Teilbahn Eichenberg-Groß-Almarode stillgelegt Die Erschließung des Ortes erfolgt durch den Stadtbus in Witzenhausen, der von den Stadtwerken Witzenhausen GmbH betrieben wird und durch die Regionalbusse nach Helsa und Eschwege Das Segelfluggelände Burgberg befindet sich etwa drei Kilometer nordwestlich von Witzenhausen Durch Witzenhausen führt der Wehrer Burgensteig, Bildung Grundschule Gärtenbach, Gelster-Talschule Hundelshausen, Kesper-Schule Witzenhausen, Steintor-Schule, Johannesberg-Schule Witzenhausen, Berufliche Schulen des Wehrer-Meißner-Kreises, Medienzentrum Witzenhausen, Bildstelle des Wehrer-Meißner-Kreises, Deutsches Institut für tropische und subtropische Landwirtschaft GmbH, Deren Vorgängereinrichtung vor dem Ersten Weltkrieg den Namen Deutsche Kolonialschule für Landwirtschaft, Handel und Gewerbe trug IBZW Internationales Bildungszentrum Witzenhausen GmbH, DEULA Lehranstalt für angewandte Technik GmbH, Volkshochschule Der Fachbereich L für ökologische Agrarwissenschaften der Universität Kassel in Witzenhausen ist der einzige Universitätsfachbereich Deutschlands, der sich auf das Thema ökologische Landwirtschaft konzentriert, er führt den Bachelorstudiengang ökologische Landwirtschaft sowie die Masterstudiengänge Sustainable Food Systems Im Rahmen eines 2011 gestarteten EU-Projekts begannen 16 nordkoreanische Wissenschaftler und Dozenten aus Pyongyang eine zweijährige Ausbildung zum Thema Ernährungssicherheit im Ökolandbau in Witzenhausen, was aufgrund der restriktiven Führung des abgeschotteten Landes als äußerst ungewöhnliches Bildungsprogramm bewertet wurde Persönlichkeiten Söhne und Töchter der Stadt Burkhard von Berlepsch, Jurist und Verwaltungsbeamter Johann Jakob Schweppe, deutscher Uhrmacher und Silberschmied Karl Ludwig, deutscher Physiologe Edward Schröder, germanistischer Medievist Theodor Neubauer, deutscher Soziologe, Pädagoge, Parlamentarier und Widerstandskämpfer Heinz Bonatz, deutscher Marineoffizier Karl August Eckert, Jurist, Hochschullehrer, SS-Sturmbannführer und Rechtshistoriker Franz Alexius, Fußballspieler Hans Stilett, deutscher Schriftsteller und Übersetzer Erwin Henkel, deutscher Politiker Helga Seibert, Richterin am Bundesverfassungsgericht Volker Schmidt-Gertenbach, deutscher Musiker und Dirigent sowie Generalmusikdirektor Rita Streb-Hesse, deutsche Politikerin Jürgen Engel, hessischer Politiker und ehemaliger Abgeordneter des Hessischen Landtags Manfred Baumgart, Historiker, Politologe und LGBT-Aktivist Bodo Abel, Wirtschaftswissenschaftler Herbert Reier, leitender Archivedirektor und Leiter des Fachbereichs Archiv und Bibliotheken der Stadt Hildesheim sowie Honorarprofessor an der Universität Hildesheim Edmund Neugebauer, deutscher Mediziner Bernd Hucke, deutscher Jurist, Richter am Bundesgerichtshof Ulrich Messmer, deutscher Politiker und Gewerkschafter Manfred Strecker, deutscher Geologe Klaus-Peter Jünemann, deutscher Arzt und Urologe André Köthe, in Dorenbach geborener Koch mit zwei Sternen im Guide Michaelin ausgezeichnet Tina Teubner, deutsche Chansonette, Musikerin und Kabarettistin Martin Glade, Schauspieler Stefan Markhoff, erster gehörloser deutscher Profifußballspieler Persönlichkeiten, die in Witzenhausen gewirkt haben oder wirken Robert Denk soll 1948 ein röhrenloses Radio erfunden haben Ernst Koch, romantischer Dichter und Jurist Hermann von Christen, Reichstagsabgeordneter der Freikonservativen Partei die sich ab 1871 auf Reichsebene auch Deutsche Reichspartei nannte Karl von Berlepsch, Schriftsteller, Lyriker und Maler Bilder aus Witzenhausen Fachwerkhäuser im Stadtkern Witzenhäuser Rathaus Gedenkstein für die ehemalige Synagoge Gedenkstein für die ehemalige Synagoge